Überhaupt nicht. Aber wenn der Hauptcharakter, gerade der Hauptcharakter, irgendeine nervige Stimme hat, er trägt dann auch so eine Kleinkinderstimme. Boah, das packe ich überhaupt. Ich fühle dann die Serie Null. Null. Gerade der Hauptcharakter muss eine geile Stimme haben. Gerade der. Gerade der. Geronimo, geht nicht mehr. Egal, wurscht. Aber sie ist so offen. Ist da vielleicht sonst noch irgendwas? Nein. Aber sowas. Ich kann es definitiv bei vielen verstehen. Synchronisationsstimme, Deutsch, Englisch, whatever. Ich liebe es einfach, wenn Spiele auf Deutsch sind. Ich verstehe bis heute noch nicht mehr nicht, warum Rockstar die Spiele auf Englisch rausbringt. Verstehe ich davon. Will ich, auch ehrlich gesagt, irgendwie... Will ich auch irgendwie einfach nicht verstehen, weil die haben so viel Geld. Und dann bringen sie einfach das Spiel. Sie haben sie ja eh schon geschafft bei Red Dead Redemption, dass es teilweise ein bisschen... ein bisschen in Deutsch ist. Aber... Das ist so komisch aus. So blass im Gesicht. Ich verbringe meine Tours zuvor. Ich brauche immer noch die Überlegung ein bisschen erzielt. Ja das... Ja das... Ja das ist so... Oder wahrgenommen. Da kann ich nur mal extra in mir sagen. Ähm ja fix. Hihi! Okay, uh-huh. Wie, hast du mir gedacht, ein Cannibal? Perischte die Idee. Nein, ich nicht die Körper, ich verschwinde. Eine Schade, die letzte war. Also, was kann ich für dich tun? Meine vollen Beziehung ist auf deinem Bezug. Ich sage nicht, dass du das nicht verraten soll, aber wenn du das machst, ist es gut zu wissen. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das klingt schon mal interessant. Ist das eine Blindverkostung in dem anderen Raum? Ähm, machen wir das erstes, du wirst voll interessiert. Oh. Oh. Okay, ja, sagen wir mal, reden wir mal über das erste Mal über ihr. Dann bin ich gespannt. Ich bin ein Blight. Du meinst Katharine, nicht? Das grödie Starr-Crossed-Sau. Schöne, Freund. Der König von der Monarche nicht mit den Kürzern verraten. Wie geht es? Du bringst mir, Katharine's Kopf. Ähm, nö. Mach dich fertig, ist besser. Ja, so was, der klingt, denk ich, ist relativ sehr gut, oder? Alter, ich würde den Typen so gerne umlegen, Alter. Der hat aber sicher, der hat sicher auch gute Kraft, bist du? Der wird sicher nicht so leicht zum Töten sein. Oh, vergiss das. Können wir ihn jetzt töten? Never, I should mind. I will never you write up your dark, ahem, I mean, all right, yes. Listen, friend, the Borsk-King of Monarch does not negotiate with Coveters. How about you bring me, Catherine Severhead, naja, aber die Crew hätte eigentlich so viel zum Essen da. Also wir müssen aber auch an die Crew denken. Wir sind nicht schlecht, guter Tee, ich werde, na, ich würde mal sagen, Angriff. Oh, geil. Okay, blühe, ich habe mir den jetzt ein bisschen stärker vorgestellt, aber sowas von. Oh, cool, aber das war wirklich geil mit ihm zu reden. Nicht schlecht. So, dann haben wir das, 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 so, ich weiß nicht, ob das zu ihm gehört oder nicht. Das nehme ich alles mit, jetzt schon mir. Stehen tut ich das sowieso nicht, der ist eigentlich eh schon hier. Also, definitiv kann ich stehen, definitiv nicht. Komm ich da raus? So, ich habe mit dem Licht, gerne. Also sowas von. Müssen sich aber da noch das andere, aber schon Terminal. personal daten ist alle teilen wurden gelöscht bist du okay der wird definitiv vieles verschwinden lassen aber sowas von gescheißen geschmoren wie schaut es eigentlich aus wenn wir eigentlich dann noch eine zweite mission da noch so machen mit beiden sachen kann ich schütze ich oder was oder komme ich da woanders hin naja da komme ich aber wieder aus wieso wollen eigentlich jetzt aber die also es ja auch sein können dass ich mit der mission doch woanders hingehen muss haben mit der mission zur fabrik und ihn töten kann so ist es aber werden definitiv für die fabrik mehr zum hacken mehr technik und so das alles gebrachten aber da hätten wir definitiv auf dem planet wir hin hier erst ankommen sollen und wir kommen dann später definitiv auch leichter noch daher aber hätten stärker hierher kommen sollen das habe ich gar nicht gesehen war mal hier schon ich glaube aber nicht ich glaube wir waren ja noch nicht schon mal ganz kurz ist es ja das ist der hintereingang aber sowas von alles wird sich gegönnt ganz kurz okay und bei der anderen müssten wir halt zu ihr wieder zurück da er passt dann machen wir mal die mission machen wir gleich ich habe das in einer dann gehen wir jetzt servis geht es euch servis 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 sein weniger schon mal wieder ist der schwamm weg alter alter halte ich halte ich halte ich halte ich halte ich wunderte mir das dekrepieren bist du ebert was haben wir da noch angegriffen irgendwas heftiges hat mich da noch angegriffen wir rennen später oder ja reden wir da später haben wir jetzt einmal die mission wenn du fix auch dann wieder in dein gebäude reingehen wie schön wie schön wie schön ja definitiv haben wir schon wieder die nächste wichser das ist so lange es da kann es sich aber hat er schießt damit ich versteck mich dabei besser die wochen muss ich durch und dann die leichen aber wieder extra wir kommen immer näher der 17 also spätestens dann immer bei ihr zurück sahen und dann die mission wirklich beendet haben da haben wir es geschafft dann haben wir es geschafft da sind wir fix 16 oh fuck da war doch der ganze große auf uns das ist gar nicht gut das ist ein großer wie viel haben wir denn eigentlich bei der anderen waffe woher woher hier immer in etwas ja hier eigentlich so schweißen wir auch wieder nicht ich glaube der hat es einfach überhaupt nicht gejuckt hat sich gedacht ich will eh sowieso sterben schieß einfach mal drauf schieß einfach mal drauf ok wieso eigentlich gesperrt 90 uhr leck mich fett bist du teppert wie wollen wir denn da eine überhaupt da bist du narisch nennt sich legt mich am arsch okay dann muss sowieso oder man genug gegner bis teppert ich glaube so wenn wir reinkommen ja ich glaube so wenn wir reinkommen oder der ist neben euch der ist neben euch und ihr macht nichts oh mein gos der große schießt ab in einem schießt ab in einem der brot lang bist du narisch darf das die warte 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 da hinten ist einer da gibt es dass die uns mit einem arsch gehen darf es noch extra da oben auf und schießen da hinten ist einer da hinten haben wir den nur dem großen da hinten ab aber ich glaube ich will ihn mit nahrung die andere er hat die andere sich aufstattet und dann brauchen wir auch mal brauchen die waffe heute mal auch ein bisschen ein kleiner nachschub wieder automatisch ist das ist ganz kurz genauer und der generator kann auch möglich sein es wirkt jetzt er ist definitiv ein generator daneben vielleicht welche munition auf uns warten einfach mal gleich auf anheber mal alles nachladen was wieder geht der waffe auch wieder volles magazin aber sonst ist glaube ich hier sowieso alles gechillt so haben wir wieder meine wir sollten definitiv mehr gegner hier sein aber interessant dass es gesperrt ist interessant dass man nicht mal eine hätten gehen können etc interessant da werden sowieso alle gegen uns sein oder so viele sind auch wieder nicht da drin oder auch noch so einer bis dahin ja jetzt wird es sicher jetzt genau das ist normal das ist normal es ist zu viel hier wir können wir eh locker wir können wir eh locker du musst das sein in dem Magazin nur wegen hier hab ich mir gedacht hab sie ist wegen der Gegner ach du scheiße ich bin kein Kuh das hätte ich auch klar gesehen müssen wenn ich einen Schaden das hätte ich so was von sehen müssen wenn ich einen Schaden ab Kärmer bei dem Laden kann man da mal ein EG oder ist genug zum finden oder genug Gip 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 oder irgendwas in der richtung. Wir brauchen einen 30er. Wir brauchen unbedingt einen 30er. Irgendwas sollte man eh doch noch Gegner haben. So kann ich das jetzt nicht aufmachen? Ja, boah, nein. Puh, nein, es ist heftig. Ah, da haben wir Gegner. Extra IP, extra IP. Wir haben sich viel extra von uns versteckt. Auf alle Fälle. Wird ja an Angst. Ah, von der Seite hat er noch einen nicht gekriegt. Na, weiter. Wenn wir das füßen, dann füße jemand. Uh, da ist er überhaupt nicht geholfen. Jetzt haben wir vor, dass man nicht gestorben ist. Bist jemand. Oh, und will die IP gereicht haben. Aber sowas von. Ah, da hätte man einfach links hätten gehen können. Oh, jeder. Das musst du auch mal wissen. Einfach nur links hätten gehen können. Ei. Der ist gut. Der ist gut. Ah, warte, 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 warte. Was ist das? Das will ich. Das will ich. Wie machst du dich denn da oben fertig? Ja. So. Definitiv jetzt mal auf Hacken. Ähm. Da, Hecken. Oh, schier, dass ich da auf 20 bin. Obwohl ich da auf 28 bin. Schloss knacken. Ah, da. Auch Hecken und Schloss knacken. Ich glaube, das sollte jetzt passen. So, und Dialog. Ja, diesmal sind wir nur auf so welche Sachen aus. Ist auch immer mal in Ordnung, oder? Ich glaube, das sollten wir jetzt hinkriegen, dass wir da jetzt reinkommen. Ich will nicht mit dir reden, du. Wo war ich da? Passt. So, dann haben wir es ja gleich rauf. Schauen wir mal, was da los ist. Oder ist es nur eine Camper? Eine schöne Camperposition, wo du ein bisschen herum schießen kannst. Ja, schaut so aus. Da drüüüümm, boah, schaut so aus. Damit mir das auch gleich so ein bisschen abgehakt haben. Alter, dieses kleine Städtchen, Alter. Da gibt es genug zum finden, Alter. Aber viel ist alles auch zu. Viel ist leider zu. Das ist ein bisschen rarsch. Weil da hätten wir vielleicht so einiges gefunden, Nord. Beziehungsweise, vielleicht finden wir da auch noch ein paar Gegner extra. Weil da zum Beispiel da muss es was geben. Da muss es fixen, dass es Wichtiges noch geben. Schau, können wir von Chaos automatisch wieder ein paar E.P. Können wir gleich wieder eine Stufe steigen? Dann... Ah! Alter! Au! Du hast nicht gerechnet, Alter! Haben wir nicht vergessen oder was? Alter! Was haben die da überhaupt gehört? Unsportlich etwas verhalten.